hallo freunde und hier bin ich wieder mit der legend of k anniversary es geht weiter so wir sind jetzt da wo wir die sehkarte suchen müssen war das eine sehkarte ja es war eine sehkarte genau weil die sehkarte die hilft uns weiter die letzte katzenstatue zu finden und ja wenn wir die letzte katzenstatue aktiviert haben dann gehen wir vielleicht schon zum nächsten abschnitt das wäre echt cool aber ich glaube da kommt auch irgendwas dazwischen bestimmt und wir werden jetzt wir müssen jetzt weiter gehen weil da geht es weiter und sollte jetzt die tür öffnen ich mache es jetzt weil oh mein gott okay das ist ganz schön so ich glaube ich schlage erstmal den dicken mit dem kolben erstmal weil der wird ganz schön nervig nein das ist ein bisschen genau genau noch fessern das wärs doch wir machen jetzt den platz zack 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 und zack was mache ich da für coole moves ich mache so coole moves leute oh ja leute oh ja leute ich bin echt gut drauf so zack 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 okay 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 sind jetzt noch mehr abgekommen wovon kommt ihr denn hier was soll das nein das ist nicht gut oder was hab ich da gemacht ich weiß nicht auf jeden fall war das gut okay das ist nicht gut was ich da mache was soll ich jetzt machen äh 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 bombe ich meine wache weg gewechselt okay leute das ist nicht gut was ich da mache so okay volle konzentration wieder volle konzentration wieder komm schon kommt ok 256 und sag zack und sagt во qualuar erstmal die messer aufsammeln moment mal die mitschen die mitschen das ist mit dem Dialog des Sunders Das sind mit dem kann man doch nicht anders liegen lassen wir können es okay kann der fliegen lassen heute weil der eine ist gleich tot und andere auch so gut so gut so gut so gut so warum ich gleich so so und da ist die nächste truhe da vorne das sind noch so ich kristalle ja wurde gesagt dass das ist sie wirklich nicht zu bringen aber naja wenn sie da schon da sind dann nehmen wir sie gleich wird also wir haben keine okay dann ich nehme doch jetzt nicht mehr mit der verschwinde ich nur meine magie so so es geht weiter gut so echt schön aus muss ich sagen kommandante k wir haben auf sie gewartet der nachrichtendienst der avalanche hat uns informiert wir haben das gebiet in der nacht untersucht und folgendes beobachtet es wimmelt hier nur so von feinden ratten gorillas und die rechte hand ihres anführers du meinst sein leibwächter ja so sein adjutant er bewacht den eingang zur unteren ebene du meinst das antike verließ genau das antike verließ das antike verließ ist durch ein tor mit vier siegeln versperrt zum öffnen dieses tors müssen sie die vier katzen statuen finden und aktivieren seien sie gut bewaffnet und wechseln sie alles nieder sir kommandante die avalanche ist mit ihnen ja gut so gut dann haben wir schon mal ein kumpus vergleich also denke ich wohl aber aber wer ist gleich sehen leute ob der fast wirklich schon da ist oder vielleicht kommt noch irgendwas dazwischen man weiß es nie leute immer was dazwischen kommen so sagt sagt und du auch noch und das war's so gut so wir haben eine neue aufgabe bekommen mal gucken was da ist suche die sieg aktiviere die vier also ich dachte wir haben eine neue aufgabe aufgabe oder haben wir keine bekommen was habe ich da rechts gesehen egal oder verstand da na gut so ja okay okay jetzt kommen die rolle sind die ratten und krokodile mal gucken ob es so lustig wird wenn ich euch fertig mache okay nicht einfach drauf und magie wieder okay moment das wird ein bisschen bremslich weil die gorillas die ratten eigentlich gerade die krokodile die werfen sachen da muss man aufpassen da muss man aufpassen aber ich glaube dass bei den basen da die lieben drin also brauchen wir doch keine sorgen machen ok so party die titanik so magie einsetzen ein paar geschwächt sehen aber 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 das sagt 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 ok kurzer ist geschafft nein wir haben es doch nicht geschafft wenn er erst geld einsammeln leute erst was habe ich gesagt was habe ich gesagt moment leute ich muss jetzt ein bisschen tricksen gut zu werden guten treffer gemacht sagt 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 genau genau ich muss das mitten hin und her springen öfter machen weil das ist richtig stark leute ist richtig stark und wieso hängt das geht auch nicht okay gut ich dachte schon ich dachte mir schon da ist irgendwas schlimmes los so okay gut so was ist da bei der eine truhe drin ein schlüssel was bei der andere truhe drin ein schlüssel gut so ach so ok verstehe bei links und rechts ist eine tür na dann gehen wir jetzt nach links von der karte aus gesehen ok da sind mal zauber das ist fies ok merkt ihr leute fässer sind ganz schön böse so mal darüber vielleicht bringt das irgendwas mit die zonks bestimmt was zonks bringen immer was das hat mir meister keine ahnung wer das gesagt hat oh eine katzenstatue ist das die katzenstatue nein ok das ist wow oh nee müssen wir noch weitere katzenstatue suchen also brauche ich fünf kommopunkte um das zu öffnen ok von mir aus dann kommen wir in die fünf mann wer stellt da die explosiven fässer hin die bringen ja überhaupt gar nichts die also für andere linge schon aber halt ich meine stelle vor eine patrouille geht mal vorbei und dann erwischt es eben das ist doch richtig schon wieder mann ok ok ganz ruhig geht es weiter nein ok gut ich glaube das war es jetzt hoffe ich mal was da was das war es das gibt es noch irgendwas äh nein dann gibt es gar nichts mehr ok gut so dann gehen wir mal da hoch das ist eine leiter gut gemacht so gibt es noch irgendwas gibt es gar nichts ich will ich muss über zwei mal gucken leute also nicht wort ich weiß nie ich weiß nie vielleicht übersehe ich etwas ich muss die sicherheit geht immer vor äh 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 oh das sind die ratten hallo äh draufschlagen ok so gut so bist auch gleich weg so oh ich bin ich bin tot ah ist nicht so schlimm leute ist nicht so schlimm war geplant wisst ihr wieso weil ich wollte mit volle leben wieder starten ja das das war das war geplant so zack 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 und hier draufhauen leute und jetzt äh wo ist ja wo ist ja wo ist ja zack 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 oh zack oh ja oh ja die kam der kam schrei von mir der ist einfach episch die tür ist verschlossen ja wir haben doch ein schlüssel ich brauche einen schlüssel um sie zu öffnen die tür ist verschlossen achso ich brauche einen schlüssel um sie zu öffnen ja ja ok ganz ruhig äh sag jetzt bloß nichts ne ist wo kommst du jetzt plötzlich her shop meister willkommen in meinem laden ich bin ein alter mann aber ich habe ein paar nützliche sachen hier zu spottpreisen schlecht bei kasse gut im kampf sieh dich nur um du kriegst dir eine ganze menge für dein geld gut so du hast die magie container kauf dir einen neuen herz container ich hoffe nicht nicht dass ich das so gesehen habe kauf dir einen neuen magie container gut so her damit her damit her damit her immer her damit immer her damit so ob ich die rüstung will ich weiß nicht obwohl die ist jetzt schon praktisch äh ach komm so teuer ist jetzt und sehr robust ich bin bekannt für meine erstklassige rüstung und dann nehmen wir noch einen magietrank schmeckt vielleicht wie flüssiges seegemehl du kannst diesen berserkertrank kaufen genau der dich wie der name schon sagt stark macht ja so wir haben jetzt zwei schlüsseln oder also ich meine doch haben wir wir haben ach moment mal das ist noch in der truhe was da drinnen ah ein extra leben ok ähm 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 für was habe ich den zweiten schüssel jetzt weil es ja eine kaputt geht oder was komisch komisch erst mal speichern leute erst mal speichern so ok so shopmeister irgendwie bist du verdächtig irgendwie glaube ich du bist der endboss ja ja mein meister ist der endboss habe ich da irgendwie das gefühl leute weil der taucht immer auf immer auf wenn wenn ich weiß nicht die tür ist verschlossen ich brauche einen schlüssel um sie zu öffnen ok wir haben doch zwei schlüssel für was ist der andere schlüssel eigentlich oder habe ich mir das eingebildet dass wir zwei schlüssel haben nee was ist das dafür oh das ist ein starker zong mach mal mehrere schläge ok das wird nix äh wo muss wir jetzt hin leute ich habe jetzt keine ahnung verdammt verdammt ok gehen wir nochmal da hin da hin vielleicht gibt es irgendwas ah ah da habe ich den raum übersehen ja was willst du denn zack und zack und zwar und ja 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 genau wo ich mache ein multi kill leute ein multi kill ein ein monster kill oh ja leute ok das war es mit dem mit der kill serie jetzt haben sie mich gehittert ok es geht weiter es geht weiter oh man jetzt auf bomben zu werfen leute das ist unfair das ist unfair ok ok ich wollte es so ich wollte es so ihr wollt jetzt mich herausfordern ok wer will ich die bomben wer will ich die bomben der 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 verdiebt den spaßmann aber richtig so ok gut so wir haben es geschafft nein doch nicht wir haben es doch nicht geschafft so erstmal einen ko schlagen nein den der erste ko schlagen weil der ist ok die bomben kommen wieder ins spiel wow ok ok die bomben haben einen gorilla getötet gut so gemacht team kill team kill ist immer gut ok leute das wird langsam ein bisschen kritisch eine bombe man wer wirft die bomben das ist nicht cool wuschi ich muss auch den kopfschreibe machen dann bin ich auch so stark wie die ratten wuschi warte mal die verlieren ja immer dauernd egal ich war der der kopfschreibe ist auch cool wuschi 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 ok es funktioniert Leute es funktioniert wuschi funktioniert alles wuschi 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 ok 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 jetzt habe ich wieder geben 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 so gut so dass man bisher ab jetzt habe ich den waffel gewechselt oder die bomben von euch die linien ratten oder die gelben ratten oder die nicht kurzer wir haben es aber geschafft leute für was war eigentlich der zweite schlüssel leute für was war eigentlich der zweite schlüssel weil das würde mich echt interessieren und zwei schlüssel bekommen und der eine ist nur für die co oder was also machen wir jetzt mal die tür auf und gucken mal was da drin ist schönes wer macht da die dann gehe ich später rein so alle wieder fester die explodieren ok wer macht solche fester sie explodieren auf jeden fall muss ich darunter ok ich bin jetzt unten gibt es irgendwas unten etwas cooles ein herz container oder so irgendetwas das habe ich schon lange nicht mehr gesehen außer beim shop aber was gibt es denn da ja jetzt sehe ich mir toll kann ich sage leute youtube macht alles wieder dunkel das schlecht macht alles wieder heller muss ich nur rüber der leicht ist auch kinder leicht leute nein doch nicht ich muss doch nicht drüber was da unten oder moment vielleicht auch die tür ist verschlossen ich brauche einen schlüssel um sie zu öffnen ich will nicht sagen aber du hast doch einen zweiten schlüssel ok ok vielleicht passt da nicht rein kann auch sein da müssen wir halt den schloss suchen also die schlüssel nicht entschlossen so wo ist der schlüssel 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 wo bist du es explodiert alles so schön da war ganz viel kohle drin wir suchen noch den schlüssel leute und dann haben wir es also dann wenn ich den paar hat oder hinten war ja glaube ich was oder jedoch nicht ok leute langsam will ich schon den schlüssel haben wissen der schlüssel ist aber gut versteckt wenn er nicht unten ist dann muss er irgendwo da oben sein ach so da ist er ist er wies gemacht ok was machst du denn da die kiste war vor dir so kaputt okay dieser macht du es richtig so wir springen auf die kiste rauf ja auf die kiste rauf weil nicht dass du runter springst oder so okay komm komm versuch nummer zehn oder vier komm schon okay komm schon okay jetzt gehen wir mal da rüber ganz langsam geht ganz langsam wir haben zeit wir haben zeit auch wenn der paar ein bisschen lang ist aber wir haben zeit so okay wir stellen uns darauf ja aber wir tun das nicht runter fliegen ja versprochen gut wir gehen ganz langsam dahin gut so okay gut so gut so okay gut so gemacht oh gut Leute dann bin endlich dieser part und wir suchen beim nächsten part den schlüssel weiter und auf den finden Leute das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge im Moment weil ich muss dann in den Traum rein oder ja bestimmt okay dann ciao Leute bis dann ciao ciao